Sehr geehrter Herr Präsident, Zunächst einmal vielen Dank für die Gastfreundschaft, die uns hier entgegengebracht wird. Der heutige Besuch ist ein würdiger und ein bedeutsamer Abschluss meiner Afrika-Reise. Unser heutiges Gespräch war sehr intensiv und inhaltsreich. Wir haben ein enormes Potenzial im Wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wir haben ein enormes Potenzial im Wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wenn es um die Sicherheit geht. Und wir sind die, die mit der Präsidenten ausgeführt hat, seit mehr als hundert Jahren. Die Präsidentin hat auch eine sehr vertrautvolle Beziehung zu uns. Wir haben auch eine sehr vertrautvolle Beziehung zu uns. Die wird auf die Das ist mein Nassig. Das ist mein Nassig.